Die Information Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Uni Kassel für alle Fragen rund ums Studium. Ich bin Christine, ich studiere im Master Psychologie und arbeite inzwischen seit vier Jahren bei der Information Studium. Wir bearbeiten hier im Jahr bis zu 50.000 Anfragen in deutscher und englischer Sprache von Studierenden und Studierendeninteressierten. Die kommen zu uns mit allen möglichen Anliegen vor dem Studium, wenn es zum Beispiel um Bewerbung und Zulassungsvoraussetzungen geht. Aber auch im Studium sind wir der erste Ansprechpartner. Beispielsweise, wenn man Anträge auf Exmatrikulation abgibt oder Fragen zur Rückmeldung hat, dann können die Studierenden zu uns kommen. Man erreicht uns zum Beispiel per Telefon oder per E-Mail, aber auch persönlich an der Infotheke hier vorne. Manchmal ist es auch notwendig, dass man mit den Sachbearbeiterin spricht. Wenn das der Fall ist, dann kann man immer montags bis donnerstags von 13 bis 15 Uhr vorbeikommen, bekommt von uns ein Ticket und kann dann persönlich mit dem Sachbearbeiter sprechen. Wenn wir nicht da sind, also keine Öffnungszeiten haben, gibt es zwei Briefkästen, in die man seine Unterlagen auch einschmeißen kann, wenn man das nicht postalisch tun möchte. Einer ist im dritten Stock und einer ist auf der Seite der Mensa draußen vor dem Campus Center. Hallo aus dem Callcenter der Information Studium. Mein Name ist Jonas, ich studiere Lehramt an Gymnasien und bin als studentische Hilfskraft hier seit ca. einem Jahr beschäftigt. Die Anfragen, die uns telefonisch oder per Mail erreichen, bearbeiten wir hier. Sollten wir einmal eine Anfrage nicht direkt klären können, verweisen wir an die zuständigen Prüfungsstellen der Universität, zum Beispiel das Prüfungsamt. Als weiteren Service bieten wir unseren Studierenden Terminvereinbarungen für die allgemeine Studienberatung, für das Bürgerbüro und für die Ausländerbehörde an. Ihr findet uns, wenn ihr im Campus Center in den dritten Stock kommt und dann kann man uns gar nicht mehr verfehlen. Die Infotheke ist sofort erkennbar, an der wir gerne alle Fragen beantworten.